Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit Best Fortnite Rage Compilation. Wieder mit dabei ist der gute alte... Storni zu dem Grill. Ich bin gespannt, wer heute hier ausrastet. Wenn ihr auch mal Loft hier ausrasten seht, will ich hier 50.000 Likes nehmen. Wenn wir es nicht schaffen, ist es schlecht einfach nur. Schade. Ab geht's. Ich bin gespannt, was hier kommt. Ich hoffe, wir sehen nicht da. Ausraster. Oh, schütt. Oh. Oh! Grill! Yeah! Yeah, den abonniere ich gleich. Digga, das war gerade zu doll. GG, man. Donnerpump Demon, bro. GG, bro. Das war zu doll. Oh, Digga. 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 Das sind Psychos. I got nervous, man. Das sind Psychos. I don't know what to do right there, man. I want to play a different... Dude, yeah, yeah, yeah. Eldates, you're both in Discord. With magic skins on. Wasting your fucking childhood, man. It's not grinding, it's wasting your youth. L, my dick, man. Your whole life's a fucking L, man. Minum, malke, leo, vino, porque escucha und die Parabincha. Oh, ja, okay. Ey, das ist so geil. Das ist so geil. Digga, das ist der beste Shit, den ich seit lange gesehen habe. Real Talk, das ist so geil. es ist so geil. Ah, klar. Oh nein... Er we Jes. Oh nein... Digga, maski schief. Ah, 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 ah... Oh, 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 oh. Du, ich habe was richtig daran, dass, Prytok. Oh, okay. Oh, Jesus, du mir da hermano. Oh, okay. Okay. Oh, ey. There's no way. There's no way. There's no fucking way. There's no way. Du, ey. Ich glaube, du hast ein bisschen für die Camp jetzt. Easy, Grandpa. Ist das der Crime-Exempel, oder? Also, gegen den würde ich auf jeden Fall mich nicht anlegen, Digga. Er ist ja extremer Profiboxer. Leute, manchmal kriegt man einfach so eine Anfälle. Ihr nehmt mal, Digga! Schau mir, das ist so heftig. Digga, das ist so heftig. Oh mein Gott, Digga, das ist so heftig. Er ist wieder, er ist wieder. Komm schon! Ja, manchmal rastet man einfach aus, ja? Oh fuck, look at these Stream-Sniper's, dude! Es ist wie, wie kann ich denn so fucking spielen? Ja, das nervt. Stream-Sniper. Was machen sie? Wie, Bro! Laser-Maschina! Komm, sie sind in der Laser-Maschina! Ah! Ja, BLEEEEIT! Das ist so scheiße. Du hast ihn auf. Oh, du hast ja gewonnen, Bläh! Oh! Ich bin auf. Bläh! Ich bin nicht gewonnen! Die Ghost-Hands-Me killt mich! Was hat den Eis! Ich so. Die denkt sich auch, was ist jetzt los. Guck mal die Wand da an, ich glaub die hat auch schon hochgenommen. Das kenn ich, das kenn ich, da rastet man aus. Da rastet man aus einfach. Da kann er auch nichts für. In der Küche. Wie spielt der denn? Nee. Ich muss es ihm gewonnen an. Oh, schon kaputt. Er hört sich auf. Ey, das ist ein Monitor. Der Monitor ist von der Wand gespannt. Das ist toll. Der hat die extra schon bereit gelegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diesmal hat er alles festgenommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der muss ja auch minus zwei abhängen. Oh mein Gott. 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 Oh shit. Ah. Das Name ist Positivity. Positivity. Pussy. 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 Oh, dann muss er nicht stunden sollen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Er muss rot blind oder? Er muss ganz schnell höchste Eisenbahn, Digga. Der musste ganz ein ab sein. Ja, jetzt spielst du gar nicht mehr. F***ing bad f***ing game. Bad f***ing game. Oh, oh. Bad, bad, bad. I dunno, f***ing, shut it off. Shut it off. Bad, 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 bad. Shut it off. Shut it off. Shut it off. Ich glaube, der mag das Spiel nicht mehr, Digga. Er hat die Blas auf Flasche wieder. Er hat diesmal nicht da. Boah, ich bin nach der Stelle. Digga, der Presslufthammer kommt da. Der Presslufthammer. F*** off, man. Go to school or something. You can't. Never mind. F***ing pandemic going on. That's leaving you at home just to s*** on me. Okay, ich hab schon angefangen. Oh, ja. Ja. Du blä. Richtig ehrenlos. Aber das, das hab ich jetzt mal auch hier gesehen. Die wollten das bei uns machen. Aber ich hatte Polster gehabt. Au. Au. Mikrofon ist ja kaputt gewesen. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein fucking match. Der Headseins muss schon ab und zu mal fliegen. die roma ein bisschen hilfe so bad I just know you're bad because you're literally throwing the game you just stopped your stop movement because you got one kill you stop moving because you got one kill like that's it that's the whole purpose you're gonna die now you're gonna die now he's fucking levitating that's how hype is bro these guys are such strange pieces of shit i know it oh ich glaube erst mal ordentlichen handwerker wieder leute das war's gewesen ich hoffe ich hat es gefallen die weitere clips ihr wollt schreibt in die kommentare falls ihr irgendwelche vorschläge gehabt auch Checkt Steine Erbbrunnen in der Beschreibung. Aber Rage Job ist ja das Beste, Digga, sag dir ehrlich. Das war zu krank. Ich bin mir auch sicher, da gibt es bestimmt ein Best of für Steine. Leute, tschönen mit Ö. Ciao.